So, jetzt ist er nach dir und das wird uns nicht ganz sicher. Ja, bitte. Über ein Jahr warten musst du nachher noch ganz, weil ja, es ist ja nicht so, dass man mal einen vor hätte, weil es ist einfach unzündig, ich glaube, und es ist einfach alles spitzen, ich glaube, wir sind ihm wirklich dankbar für die ganze Energie, die wir uns super gegeben hat und wir uns geführt haben, aber ich habe gesagt, das war's, aber da war es schon sehr schön vorbegründet, kann ich mir sagen, am meisten dankbar sind wir, dass wir nicht schaut, sondern er hat uns sein Bestes gegeben, nämlich seine Schülerinnen und Schüler, aber das sind hier etliche, die uns auch ausrufen und mit uns führen, weil sowohl die die deren Lehrer, ganz spannend, als auch die Gottesdacht, sind hier der Schüler von Franz Herzog vom kommenden Senatoren hergestellt. Also, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch das nach wie vorhin mit mir mitgebracht habt. Und was bleibt uns übrigens, als zur Kenntnis von ihm, jetzt können wir nochmal erinnern. Er wird also zum zweiten Erwinkel des Landessteiermark der Hand. Und zwar, als erster Ehre für euer Wetter, besonders genastet. Über Franz, ich gratuliere herzlich, ich gratuliere uns, dass wir gespielt haben, um die PES-Korelle zu haben. Und das ist nicht nur, was nicht eh für sich, sondern auch, dass der Frucht nicht ist, das braucht keine Sitzung, aber es braucht keine Sitzung, aber es braucht keine Sitzung, aber es braucht keine Sitzung. Und das ist nicht nur die Sitzung, aber es braucht keine Sitzung, aber es braucht keine Sitzung, aber es braucht keine Sitzung. Deine. Deine.